Wow! Ja, man muss sich auch realisieren. Aus Sin! 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 Hmm, ähm... Ähh... Aus Sin! Ich will die Hose ausziehen, weil ich habe keine andere dabei. Ich bin Spaß. Ich werde dann später mit der Hose nochmal so. Mit den Klamottenhaut, so nass, wie die sowieso schon sind. Das ist wie eine Dusche für mich. Aber ich habe noch was für euch. Also das ist ja ein richtig, richtig cooles Song. Für mich persönlich, weil es war meine aller, 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 aller erste Singliste. Und zum Abschluss wollte ich sie nochmal präsentieren, denn mit dieser Singliste hat alles angefangen. Und deswegen liebe ich sie so sehr. Und ich hoffe, ihr habt dabei ganz viel Spaß. Denn jetzt kommt Absolutely Right! Aber ich bin nicht einig. Aber ich bin nicht einig. Aber ich bin nicht einig. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.